willkommen zurück zu let's play call of duty ein letzter haben wir ja die 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 auch die ederta sperre erfolgreich verlassen mit einem deutschen laster und einem deutschen flugzeug ich glaube es kommt das mit dem schiff glaube ich mal preis nicht gehen an bord ja schnappt uns auch die konvention nicht man würde uns als spion exekutieren ja das stimmt deutschmarine uniform schön nachher das war das wiederum ist eine schöne mission finde ich vor allen dingen hier auf die auf der map multiplayer rein zu snipe actions da stellen wir jetzt immer weil sie immer oben am mast hängen ich hoffe es hat da das trinkt man schluck ich bewege mich mal gerade weg okay wir sind bereit Evans, Sie gehen mit mir und entdecken und suchen die Waffenkammer. Dann machen wir die Motoren unbrauchbar. Bleiben Sie bei mir und überlassen Sie mir das Regen, das hier in Deutsch besser ist. Wotus, Sie bleiben hier. Halten Sie sich jederzeit abmaßbereit. Bitte, um Erlaubnis an Bord kommen zu dürfen. Erlaubnis erteilt. Ich hoffe, ich habe den Original, was so wohl ist. Dürfte ich wohl Ihre Papiere sehen? Wo ist Fregattenkapitän Schmidt? Ihr musste zu einem dringenden Treffen mit dem Befehlshaber. Alles in Ordnung. Willkommen an Bord. Danke sehr. Das kann ich ein bisschen hinter dem Herdackeln, ne? Weil dauert nämlich ein bisschen. Käpt'n Preissam, ich bin gerade der schnellste. Weil wir frisch haben, das durfte auch, glaube ich, die Letzte Mission der Briten sein. Weil hier noch geht es nach Stalingrad. Gehen wir nochmal an die russische Front, an die Ostfront. Dann. Auf geht's, Käpt'n. Auf den Wacht, auf den Adem, auf den Adem Bock hier. ok jetzt muss man den weg suchen hier ich hätte voll aufgehen müssen aber dann wird das tier erwacht hat der nacht die mp40 ich muss das überprüfen einen moment bitte ich habe einen offizier hier er sagt er habe auch mit ein setzer natürlich auch mit so auf die das ist schlecht der auch taktisch selbst folgten sprengladung das lager zu machen lässt du das lehnen wieso habe ich auch gewusst nach land so regel 1 bleibt am leben noch jemand fahrschein jetzt sind wir hier zum anderen kreis ja super schon am besten mit kim und korn anschlag hier die ecken gehen welcher bastard war das was von antenne glaube ich auch jetzt rein war das tut er zerstört zerstört kapitel nein gut vom kapitän el capitano wir müssen ein bisschen vorsichtiger losgesagt die zeit auch schaffen noch die folge au ok wir werden wir werden wir werden wir werden man wird auch noch schafft heute super 14 verschwinder doch ganz klar schon wieder vergessen erste hilfe geht Kannada heilung ok ok ich schreibe das muss schon einfach nur fliegen so ok fliehen einfach ein abflug meine ich dachte ich würde ein bisschen so verkacken und ne was mache ich hier bei dem schiff da haut er mir eins drüber super oh mann ich habe mich alle mal so so Wohin der Typ ist schon wieder ein, ne? Verpasst ihn hier, ey. So, muss ich mit mir jetzt nennen. Ben aber. So. 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 Penner da. So. Penner da. Aber hier. Ich kann da drunter springen. Die scheiße. Ich rede am Arsch. So. Wenn wir kommen, jetzt noch mal komplett neu auffüllen. Ich rede da so schön. Schon mal ein bisschen besser. So. Aufpassen. Mal wieder drauf gehen. So. Mal wieder. Oh. Jetzt laus. So. Okay. Oh man. Zum kotzen. Mal hin. Da ich jetzt hier wieder anfangen. Wie groß die ich vom spiel auf einmal jetzt hier anfangen zu dürfen. Ich kann auch natürlich genau da hin wo eine Sackgasse ist. Okay. So. Okay. Nein. Oh man. M-uch- 병. Damne Hacke Mann. Hat doch die Krise. Wisst ihr das. Ich w justified das noch in dieser Folge mache. machen wir die folge aber länger das auch ja fahrrader fahrrader ach mann legt mich doch mann starb arsch jetzt hier schon welche ausschalten auch schaue ich nach auf das problem noch jemand offenbar scheinbar nicht diese ewige blöde abstiege mal wäre deutsche platz hier so ich erwischt hier ach leck mich doch ausmachen so ja kann das sein was so doof bin jetzt gar nicht drunter springen mann das kann man überall immer runterspringen und hier scheiße hier mann ich will da runterspringen hacker ok so 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 benne da so so blau die 1 nächste geht es dann denke ich mal nach stalin grad und wenn ich würde sagen wenn es euch gefallen hat geht doch bis jetzt in der nächste bis dahin ciao